Hier ist der Salat. Oh, danke sehr. Wann kommt deine Freunde? Ich hoffe, der kommt bald. Ich weiß nicht genau, wann er kommt. Wir haben uns verabredet eigentlich. Aber ich hoffe, er kommt bald. Okay. Soll ich warten? Ach so, ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Ach so, ja, okay. Das schmeckt schon echt gut. Wirklich? Danke. Du weißt nicht, was das ist? Das ist mit Bambusprossen. Ah, okay, ja. Und das Kartoffeln. Und hier dieser Salat. Einfach ein Salat. Sieht echt gut aus und schmeckt auch gut. Schmeckt echt gut. Ja, ich warte noch ein bisschen. Okay, dann ruf mich an. Ja. Wir haben drei Menü. Ein kaltes Spaghetti. Ja, okay. Und ein Hühnerfleisch. Und mit Bernstein-Tafeln. Können Sie etwas empfehlen? Ja, für ... Was ist besonders gut? Das ist bestimmt alles super, aber ... Ja, ich glaube, das kaltes Spaghetti ist wirklich gut. Gut. Und mit Hühnerfleisch. Mit Hühnerfleisch. Ja. Ja, also dann würde ich das nehmen. Also ich würde was anderes probieren. Ja, das wäre ganz gut, wenn du was anderes nimmst. Ja, dann können wir ein bisschen teilen, ja? Genau. Ah, ach so, ich war in Deutschland geboren. Ich war in Karlsruhe geboren. Aber ...